Hallo zusammen, mich hier ist wieder heute La und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement-Guard präsentieren. Heute geht es um den Erfolg Eckenschütze und für dieses Achievement müssen wir den obersten Kämmerer in den Hallen der Sühne auf dem Fähigkeitsgrad mythisch zwingen mit drei Sündenstein-Statuen in den Ecken des Raumes. Und das Ganze ist eigentlich relativ simpel. Als allererstes tut ihr euch drei Marks in die Ecke stellen, wenn dann links oder rechts, das bleibt sich relativ gleich. Wir haben die Marks hier nach links gestellt. Und jetzt ist es so, dass ihr den Boss einmal auf 40% runterhaut und sobald er auf 40% unten ist und gerade nicht diese Soak-Phase ist, lauft er einfach mit allen Mann in die Ecke und er schmeißt dann die Statue auf einen random Spieler. Theoretisch, wenn man schnell genug rausläuft, kann man es auch ausweichen. Wenn ihr euch aber voll heilt, könnt ihr euch auch von der Statue treffen lassen. Wie ihr seht, gehen wir dann von einer Ecke in die andere. Müsst euch zwischendrin halt wieder vollziehen oder irgendwelche Dev-CDs ziehen, falls ihr euch von den ganzen Statuen erwischen lasst. Weil die hauen dann doch schon ein bisschen rein. Und ihr seht, jetzt haben wir alle drei Statuen hier in den Ecken und jetzt können wir einfach den Boss umhauen. Mehr ist es tatsächlich nicht. Also einfach mit dem kompletten Gruppe dann in die Ecken, eine nach dem anderen abklappern, sobald der Boss auf 40% ist. Gut, das war es soweit mit dem kleinen Chief-Ming-Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen, sollte es der Fall sein. Würde ich mich freuen, wenn ihr euch positiv werdet. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.